Hallo und herzlich Willkommen. Heute möchte ich euch zeigen, wie man so einen wunderschönen Leuchtturm bauen kann. Also hier die Torso bekommt ja denke ich mal jeder hin, das Dach auch. Und ich möchte euch zeigen, wie ihr das mit dem Metz-Turm machen könnt. Dass das eben hier immer so rumläuft und wenn man jetzt auf Tag setzt, geht das auch aus. Und wenn man jetzt wieder die Nacht anmacht, geht es auch wieder an. Okay, ich habe dafür schon mal hier was vorbereitet. Das ist so ein Grundgerüst. Hier sind, also das ist so ein Kreis hier mit 3, 2, 1 und dann 2, 3 und so weiter. Okay, oh, da hängt eine Fledermaus dran. Gut, ich möchte euch jetzt zeigen, wie ihr eben das bauen könnt. Zuerst mal brauchen wir Repeater und zwar davon ziemlich viele. hier. Die setzen wir dann erstmal hier hin und da und da. Hier, da und da. Und hier und so weiter. Dabei habe ich noch den vergessen und den. Und dann brauchen wir noch einen weiteren immer hier vor. Also hier, hier und hier. Nun verbinden wir das Ganze mit Redstone. Ich packe mal die Böcke rein, die wir eher brauchen. Also hier die Lampen. Also hier die Lampen. Und Redstone. Ich glaube, das war es erstmal. Also hier Redstone langlegen und hier. Und das dann bei allen vier. Nun kommen Redstone Fackeln hier rauf. Und hier. 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 Hier und hier. Hier oben kommen auch noch welche rauf. Okay, das ist gleich geschafft. Und hier stellen wir hier die Zeiten ein. Also der geht auf 1. Hier auf 2. Der, die Lampe, die hier wäre, wäre auf 3. Also ist der auf 4. Und der auf 5. Also hier 4, da einer. Hier stellen wir dann auch 4 ein. Hier ist dann wieder 1, 2. Da wäre 3. 4. 5. Der bleibt normal. Hier kommen 4 rein. Wieder 1, 2, 4, 5. Der auch auf maximaler Einstellung. 1, 2, 4, 5. Und hier haben wir das schon. Und wenn wir jetzt hier kurz ein Signal geben, dann sehen wir schon, wie das immer rumwandert. Ach ja, die beiden gehen wahrscheinlich an, weil der mitgepowert wird. So gut, das unterbrechen wir dann mal. Einen automatischen Ein- und Ausschalter bauen wir da später rein. Nun geht's erstmal hier nach oben. Und da setzen wir die Lampen. Einmal komplett die Außenwand damit machen. In eine Höhe. Okay, und nun setzen wir hier Repita. Also hier 3, da 2, hier eine. Und hier noch. Warum so viele, seht ihr? Das hat alles mit der Verzögerung zu tun. Also hier, hier, hier und hier. Dann kommt hier noch einer hin. Da noch einer und hier. Dann noch das. Und dann verbinden wir das alles mit Redstone. Und hier, 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 hier. Und nun kommen wir zu den Einstellungen. Der bleibt bei einem stehen. Hier müssen dann 2, hier 3. Da wäre 4. Der 5. Und hier ist 6. Also den auf die zweite Einstellung machen. Dann machen wir den hier. Der ist gerade unnütz, sehe ich. Das hatte ich bei einem, äh, früheren Versuch, dass ich hier noch einen hingemacht habe. Und dafür, äh, einen von denen weggelassen. Aber damit sich das hier nicht verbindet, braucht man den unbedingt. Und ansonsten haben wir hier so eine Redstone-Schleife. Ich demonstriere das mal kurz. Dann macht man hier ein Signal herauf. Ach doch, das geht auch wieder weg. Ich hatte jetzt nur mal, dass das eben nicht weggegangen ist. Da hatte ich, glaube ich, noch eine Repeater dazwischen. Also wir machen das auf jeden Fall so. Nun weiß ich gar nicht mehr, wo ich die Einstellung schon hatte. Da offenbar noch. Also hier ist. Dann 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und hier haben wir das schon. Okay, und nun ist das von hier. Werden 3 Blöcke, 4, 5, 6, 7 und 8 gepowert, bevor die wieder drankommen. Also stellen wir hier immer 8 ein. Der ist noch falsch. Und nun sieht das, nur ich falsch geklickt, äh, folgendermaßen aus. Hier läuft halt das Licht immer lang. Warum gehen die noch gleichzeitig an? Ach, das ist nur relativ schnell und deswegen... Gut, ich unterbreche das Signal mal wieder. Nun kommen wir dazu, hier ist das ja auch schon verkabelt, dass wir das, ähm, dass wir ein Signal nach oben bringen. Dafür nehme ich mal einfach hier die Stelle. Und, na, hier auch. Hier kommt eine Fackel hin. Dann führen wir das Signal nach oben. Ich mache mir hier nochmal einen Platz, damit wir da auch hinkommen. Und hier setzen wir nochmal einen rauf. Und greifen das Signal dann einfach so ab. Falsche Richtung. Obwohl das jetzt der Anschalter da ist, das ruhig, das ist auch in Ordnung, wenn wir es in die Richtung machen. Den setze ich aber erst ein bisschen später. Wir müssen das dann nämlich noch einmal ausmachen. Das, äh, baue ich hier einfach runter. Hier noch eine Fackel drauf. Und hier eine. Und hier eine. So, in dem Zustand müssten die jetzt aus sein. Und wenn wir das anschalten wollen, müssen wir hier einmal kurz an den Block ein Signal bringen. Das kriegen wir hin, indem wir uns hier was bauen. Nämlich, da kommt keiner hin, sondern hier. Da bauen wir einen Pulsar. Den habe ich das erste Mal in den Videos gebaut, wo ich, ähm, die Kürbisfarm gebaut habe. Hier geben wir dann mal ein volles Signal rauf. Und verbinden das Ganze mit Redstone. Dann setze ich einfach mal hier den, ähm, Tageslichtsensor hin. Den habe ich hier einfach in die Außenwand mit eingebaut. Und dann sieht das da drin auch ein wenig komprimierter aus. Dann müsst ihr dann mal schauen, wie ihr das am besten macht. Ich kann das, äh, hier gleich nochmal von innen zeigen. Aber, äh, ich baue das halt so erstmal. Da haben wir dann ein bisschen mehr Platz und alles. Also, hier kommt noch ein Block hin. Und der soll ja gepowert werden, wenn, ähm, wenn es dunkel wird. Also, muss, äh, wenn, sobald es dunkel wird, ähm, verschwindet hier das Signal. Ich muss mal eben gucken, ob das auch schon bei der Stärke ist. Oder ob wir da noch ein, äh, weiter heransetzen müssen. Ja, das reicht. Also kann ich den auch wieder hinmachen. So, sobald es dunkel wird, äh, wird dann hier ein Signal gegeben. Dadurch gibt es hier einen Puls. Und dann läuft da das Licht rum. Beziehungsweise, äh, kommt erstmal hier das Signal hin. Dann setzen wir hier noch ein Repeater hin. und hier auch. Das heißt, wir fangen mit den drei an. Und danach sollen dann die angehen. Also haben wir erstmal drei Verzögerungen dadurch. Plus noch über die Redstone fackeln. Deswegen stelle ich hier mal auf Maximum ein. und dann setze ich mal kurz auf Tag und wieder auf Nacht, um zu gucken, ob das nun angeht. Gut, also so haben wir jetzt so ein rumlaufendes Licht. Äh, wir können das aber noch nicht wieder ausstellen. Dazu kommen wir jetzt. Dafür, ähm, bauen wir das ein, Komparatoren. Und zwar, ja, ist eigentlich egal wo. Ich baue die mal hier ein. Der muss leuchten. Und hier ein Verstärker. Das heißt, hier könnten wir, äh, eine Fackel noch hinstellen. dann haben wir hier eine weitere Fackel und eine, nicht da, sondern hier. Okay, wenn hier an ist, ist da an. Das heißt, wir müssen von der das Signal wegnehmen und das dann irgendwo einbringen. Ich mach das mal, ja, hier. Also, Komparator einfügen, den auf leuchten stellen, von der Seite gibt's dann hier noch, ein, und dann baue ich das mal so, dass ich hier einfach Wetzlar drauflege und hier ein Block rolle raufkommt. Man könnte das natürlich auch, äh, anders legen, dass man eben nicht den Block braucht. Okay, den schließen wir nun. Ich muss nochmal gucken, wo der runter geht. Also, da geht er runter. Hier eine Fackel hin und da eine Fackel hin. Hier eine Fackel hin. Und hier dann glaube ich auch. Jetzt ist der an. Das soll er nicht. Also, lassen wir das da aber mal. Müsste das jetzt, äh, aus sein. Und wenn wir die Fackel ausknipfen müssen, geht er an. Ausknipfen ist leicht. Dann müssen wir jetzt hier einfach nur, äh, sobald es hell wird, ein Signal rausbringen. Dafür baue ich das mal so. Hier einen Repeater hin. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Also, das passt auch von der Länge. Und wenn wir, äh, nun sagen, es soll Tag werden, also, setzen wir es einmal auf Null, dann passiert nichts, weil es ja nicht mehr leuchtet. Nun, ähm, setzen wir es auf Nacht. Das fängt an zu leuchten. Hier immer schön darum. Wenn wir das jetzt wieder auf Tag setzen, dann müsste es eigentlich aufhören. Okay, das, äh, ja, da wurden jetzt beide Signale geschnuckt und, äh, damit ist das dann fertig. Dann verkleidet man das noch ein bisschen. Zum Beispiel kann man hier über das Wetzlarm, wie ich das hier gemacht habe, einfach ein paar Blöcke setzen. Man kann, ähm, wenn man möchte, und das größer haben möchte, die Blöcke wegnehmen, die unteren hier, und stattdessen, äh, auch Lampen hinsetzen, dann hat man das ein wenig größer. Gut, und dann gucken wir nochmal eben hier rein. Und zwar von, ja, gucken wir einfach mal von hier. Da ist das Ganze ein wenig komprimiert, wem hier der Tageslichtsensor ist. Hier wird dann ein Signal invertiert und, ähm, hier dann hochgeschickt. Also hier wird, gibt es dann da das Signal. Hier wird das, da wird das hochgeschickt. Und, ähm, hier ist das, äh, damit das auch ausgeht dann, wenn es hell ist, da wird dann hier ein Signal hochgeschickt. Das ist dann lediglich ein wenig anders gelegen. Aber an sich ist das hier so ziemlich das Gleiche. Genau wie hier. Gut, ich hoffe, das war relativ verständlich, auch wenn ich anfangs vielleicht die, äh, Blöcke nicht so, ähm, gut gesetzt habe, dass man das mit den Repeatern so gut nachvollziehen kann. Ich hoffe, ihr habt es trotzdem verstanden. Ansonsten guckt es euch nochmal an, merkt euch, wo die stehen, äh, macht euch klar, warum die wo stehen. Und dann viel Spaß beim Nachbauen. Und wir gucken uns das zum Abschluss nochmal von innen an. Tschüss!